Das Beste für mich am Inkubatorprogramm des Körpers Startups war auf jeden Fall die Community. Wir sind mit Ofundi ganz neu nach Hamburg gekommen und wurden hier super herzlich aufgenommen und haben es jedes Mal bei jedem Workshop, bei jeder Werkstatt sehr genossen oder auch beim Coworken hier mit den anderen Hubbys am Start zu sein. Am meisten hat mich begeistert das große Netzwerk der Körperstiftung und die guten Workshops die wir hatten. Gerade das Pitchtraining oder der Workshop über die Finanzplanung hat uns sehr viel weiter geholfen. Also ich glaube ich hätte selber niemals erwartet, dass wir so eng zusammen wachsen, weil am Anfang waren alle noch voll zurückhaltend und schüchtern und mittlerweile kommt man hier rein, alle freuen sich, man nimmt sich in den Arm und man kann eben auch über Sachen sprechen, die nicht nur mit der Arbeit zu kommen haben. Wir kamen mit einer Idee und sind von einer Idee wirklich zu einem Geschäftsmodell herangewachsen, was man auch sagen kann, das kann man wirklich verkaufen in den Pitchen. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, werden jetzt durch einen Mentor begleitet und das bringt uns sowohl persönlich als auch in unserer Gründung weiter. Ganz besonders cool am Incubator-Programm war, dass wir selbst am Wochenende im Büro arbeiten konnten und so jederzeit genug Zeit hatten, um unsere Ideen weiterzuentwickeln. Uns hat es total geholfen, dass in jedem Workshop direkt ExpertInnen da waren und einfach genau gezeigt haben, wie sie selber irgendwie die Sachen angewandt haben und so konnten wir es direkt an einem Beispiel irgendwie sehen und die richtigen Fragen der richtigen Person stellen. Es ist für uns sehr überraschend, wie schnell und gut man über die Körperstiftung sichtbar wird, was für Events von der Stiftung organisiert werden, gerade auch im Bereich Bildung. Wenn du das Incubator-Programm mit drei Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen? Events, Netzwerk, Vielfältigkeit, Durchstarten, Mentoring und Coworking, Impact, Voneinander lernen, Gemeinschaft, Über sich hinaus wachsen, Lehrreich, Challenging.